Musik Die Gleichgewichtskonstante, kurz gesagt K, oder auch das Massenwirkungsgesetz, wird bei einem chemischen Gleichgewicht verwendet. Und ein chemisches Gleichgewicht ist eben, wenn es bei einer Reaktion eine Hin- und eine Rückreaktion gibt. Also dass etwas in die eine Richtung reagiert und dann auch wieder zurück in die andere. Und das ist zum Beispiel jetzt die Reaktion A mal Groß A plus Klein B mal Groß B. Und dann steht eben, und dann wird eben hin reagiert zu Klein C mal Groß C plus Klein D mal Groß D. Und dann wird eben, gibt es auch wieder eine Rückreaktion. Also der Pfeil, der zurückgeht. Und der Pfeil, der jetzt kommt, der nach dem Groß D steht, gehört nicht mehr zur Reaktion zu. Aber das ist nun eben die Formel für die Gleichgewichtskonstante K. Also das ist erst jetzt das, oder das Massenwirkungsgesetz. Also Groß K ist gleich die Ecke Klammer auf, Groß C, Ecke Klammer zu, Hoch Klein C mal Ecke Klammer auf, Groß D, Ecke Klammer zu, Hoch Klein D. Und dann das alles durch, Ecke Klammer, Groß A, Ecke Klammer zu, Hoch A mal Ecke Klammer auf, Groß B, Ecke Klammer zu, Hoch Klein B.